Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Schön, dass du da bist. Hast du Lust, es dir ganz bequem zu machen und dich so hinzusetzen oder hinzulegen, wie es für dich jetzt am bequemsten ist? Nimm dir ein paar Minuten Zeit und richte dich hier ein, so dass du dich richtig geborgen und wohl damit fühlst. Schau nochmal, ob du irgendwas dafür tun kannst, dass du die nächsten Minuten ungestört bist und du ein paar Minuten nur für dich selbst hast. Sind die Fenster geschlossen? Ist das Handy auf lautlos oder aus dem Zimmer draußen? Sind alle Geräte ausgeschaltet? Sind alle Menschen informiert, dass du jetzt für dich etwas tust? Ist die Tür geschlossen? Ist alles so sicher und geborgen, dass du dich wirklich wohlfühlst? Wie geht es deinem Körper? Hat dein Körper es warm genug? Braucht er noch irgendwas, um sich wohlzufühlen? Vielleicht braucht er noch etwas Wärme? Socken, eine Decke, einen Pullover oder was auch immer dir gut tut. Achte mal darauf, ob du noch irgendein anderes Bedürfnis wahrnehmen kannst. Willst du noch einen Schluck trinken? Dann mach das. Brauchst du noch eine Kerze? Dann zünde sie dir an. Du kannst auch immer innerlich eine virtuelle Kerze anzünden. Auch das hilft schon, dich wohlzufühlen. Wenn du soweit bist, dann lass uns starten. Wenn du magst, schließe sanft deine Augen. Komm in deiner Position einfach mal an. Spür die Unterlage unter dir. Wie fühlt sie sich an? Ist sie weich? Ist sie hart? Welche Kontaktpunkte hast du zu dieser Oberfläche? Atme ein paar Mal tief ein und wieder aus. Und nimm dir ein bisschen Zeit, um in deiner Position anzukommen. Wie fühlt sie sich an? Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Ist er entspannt oder gestresst? Fühlt er sich offen an oder zu? Ist er hektisch oder ruhig? Ist er nervös? Oder tiefenentspannt? Bewerte den Zustand einfach nicht. Lass einfach da sein, was da ist. Es hat alles seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Dein Körper täuscht dich nie. Er sagt immer die Wahrheit. Er sagt immer klar und deutlich, was wirklich los ist. Dein Körper ist dein Freund. Welche Gedanken hast du gerade? Sind viele Gedanken da oder wenige? Sind klare Gedanken da oder unklare? Sind diese Gedanken positiv oder negativ? Stärken dich die Gedanken oder schwächen sie dich? Lass auch das einfach da sein. Lass auch das einfach da sein. Versuche es nicht zu bewerten. Auch hier ist es wie mit deinem Körper. Es ist, wie es ist. Und es hat seinen Grund. Und das Wichtigste ist, dass wir annehmen, was ist. Und dann noch deine Gefühle. Welche Gefühle sind da? Hast du das Gefühl, ihnen einen Namen geben zu können? Wie würdest du diese Gefühle benennen? Fühlen sich diese Gefühle vielleicht weit an oder eng? Warm oder kalt? Gewohnt oder ungewohnt? Starr oder weich? Sanft oder hart? Bist du traurig, gelangweilt, ruhig, angespannt, verliebt, freudig, erregt, extatisch, müde und dann lass auch diese Gefühle einfach da sein. Lass dich einfach sein, so wie du bist. Denn genau so sollst du sein. Kannst du dich selbst existieren lassen? Hast du das Gefühl, du gibst dir selber das Recht zu existieren? Kennst du das Gefühl, keinen Raum einnehmen zu dürfen? Keinen Aufwand machen zu dürfen? Das Gefühl zu haben, immer nur zu belasten und für niemanden ein Gewinn zu sein? Hast du das Gefühl, sehr wenig nehmen zu dürfen und sehr wenig konsumieren zu dürfen, weil du es dir selber irgendwie nicht erlauben kannst? Weil du das Gefühl hast, vielleicht ein büßer Mensch zu sein, wenn du etwas nimmst oder konsumierst? Vielleicht so wenig sogar, dass es nicht mal mehr gut für dich selber ist? Ich glaube, dass diese Gefühle daherkommen, dass wir irgendwie als Kind gespürt haben, dass bestimmte Personen in unserer Kindheit nicht mit uns umgehen konnten. Vielleicht haben sie unterschätzt, welche Aufgabe auf sie zukommt und wussten sich nicht, zu helfen. Vielleicht war es manchmal auch einfach die Zeit, in die wir hineingeboren wurden. Welche Glaubenssätze und Überzeugungen man hatte zu einem bestimmten Wesen. Und dann ist das Gefühl, dass wir jetzt die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle und die Gefühle, die Gefühle oder die Gefühle. Und vielleicht haben wir unbewusst falsche Glaubenssätze übernommen, denn als Kind können wir nicht objektiv beurteilen, dass unsere Eltern überfordert sind, unsere Bezugspersonen die falschen Glaubenssätze über Kinder und Babys haben, sondern es passiert ganz leicht, dass wir Dinge auf uns übertragen und dass wir glauben, wenn Mama und Papa überfordert sind, dann liegt das an mir. Dann mache ich zu viel Aufwand. Dann ist es meine Schuld. Dann sollte ich vielleicht nicht hier sein. Mach dir einmal bewusst, dass all das, was du vielleicht fühlst in Bezug auf deine Existenz, deine eigene Überzeugung ist, die du vielleicht als ganz kleiner Säugling angenommen hast und die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Es war ein falscher Trugschluss, den dieses Säugling oder dieses Baby erschlossen hat, aus dem, was es von seiner Umgebung gefühlt, wahrgenommen und gespürt hat. Manchmal werden wir so unbewusst ins Leben geholt von Menschen oder wie wir vielleicht gezeugt wurden, wie wir ins Leben gebracht wurden, dass ich erspüren kann, dass das sehr, sehr viel mit uns macht. Und dass wir diese Gefühle, die wir vielleicht in den ersten Jahren abspeichern, sehr, sehr viel später immer noch leben und sie zu einer Realität werden, die eigentlich nichts mehr mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Aber ich glaube, solange uns nicht bewusst ist, dass das unbewusste Glaubenssätze sind, die wir sozusagen aus Versehen übernommen haben und nichts mit unserem wahren Wert und unserer wahren Existenzberechtigung zu tun haben, solange kreieren wir uns immer wieder diese Wirklichkeit, weil sie unsere tiefsten Überzeugungen sind, die wir nach außen projizieren. Auch wenn du das jetzt noch nicht fühlen kannst, ich möchte dir etwas sagen. Ich weiß, das hört sich total vernünftig und logisch an, aber vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass das manchmal gar nicht so logisch ist und so selbstverständlich, dass wir uns wirklich, wirklich von ganzem Herzen erlauben, vor allem, dass wir spüren können, dass wir das Recht haben, zu leben, zu existieren, hier zu sein, auch ein bestimmter Aufwand für andere zu sein und dass wir das Recht haben, dass wir auch andere mal belasten dürfen, vielleicht nicht immer, vielleicht nicht überall, aber dass wir das Recht haben, auch mal zu belasten und dass wir auch das Recht haben, dass wir Menschen haben, die uns helfen und dass wir Menschen helfen, die unsere Hilfe wiederum brauchen können. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen, du musst darauf jetzt keine Antwort haben. Ich möchte einfach nur diese Fragen in den Raum stellen und du darfst hineinspüren, was diese Fragen mit dir machen. Du kannst sie dir auch nach der Meditation aufschreiben und einfach ganz in Ruhe wirken lassen und dann immer wieder, wenn dir ein Gedanke oder etwas Wichtiges für dich in den Sinn kommt, auf einen Zettel aufschreiben und so Informationen sammeln, wo du das Gefühl hast, das sind Dinge, die du abgespeichert hast darüber. Kann ich mir selbst die Erlaubnis geben, existieren zu dürfen? Darf ich etwas nehmen oder konsumieren, wenn es für mich, für die Umwelt und für andere Menschen in einem gesunden Maß abläuft? Kann ich mir das erlauben? Darf ich als Mensch einen bestimmten Raum auf dieser Erde einnehmen? Ist es erlaubt, dass ich auch bedingungslos einen Raum zur Verfügung gestellt bekomme? Habe ich das Recht darauf, einen bestimmten Raum, einen bestimmten Wohnraum bedingungslos zu empfangen? Und darf ich diesen Raum wirklich einnehmen? Kann ich mir erlauben, diese Räume mit meiner Energie zu füllen und einzulassen? Darf ich das Gefühl, alles alleine schaffen zu müssen, damit ich niemanden belaste? Und wenn ja, wo kann ich mir erlauben, auch mal eine Belastung zu sein? Und wo möchte ich selbst für mich sorgen und handeln können? Was kann ich vielleicht noch nicht, aber ich möchte es zu einem bestimmten Grad lernen? Und was werde ich vielleicht nie können? Und ich brauche dementsprechend Menschen, die dies für mich übernehmen? Kann ich mir das jetzt bereits erlauben? Und wenn nein, was kann ich tun, um es mir erlauben zu können? Und inwieweit kann ich mir erlauben, ein Aufwand für andere zu sein? Wo dürfen Menschen für mich ein Aufwand sein? Und wo ist meine Grenze? Und jetzt bitte? Untertitelung des ZDF, 2020 Wo brauche ich noch Menschen, die einen Teil von mir kompensieren, den ich noch nicht leben kann? Wo möchte ich zum Beispiel auch gar nichts dazu lernen? Und ich möchte, dass das ein anderer übernimmt. Und kann ich mir das erlauben? Und wo übernehme ich etwas, was andere vielleicht kompensiert haben möchten und auch nichts lernen möchten dementsprechend? Und wo möchte ich etwas lernen? Kann es aber noch nicht und brauche dementsprechend Unterstützung und Hilfe? Und gibt es einen Teil in mir, der das vollkommen menschlich und in Ordnung findet? Dass wir alle uns gegenseitig auf eine bestimmte Art und Weise brauchen? Amen. 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 Vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt, dass du das Gefühl hast, etwas von jemandem zu brauchen, der dir aber nicht gut tut. Und deshalb kannst du dich nicht dafür öffnen, Hilfe anzunehmen. Ich verstehe das. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in unserem Leben uns bewusst machen, dass wir Menschen um uns haben dürfen, die uns gern helfen. Und wenn wir hier keine guten Erfahrungen gemacht haben, dass wir auch hier mal in uns hineinspüren, ob wir es uns überhaupt erlauben, dass Menschen in unserem Leben sind, die uns gern helfen. Denn vielleicht hast auch du Erfahrungen gemacht, dass du immer das Gefühl hast, dass Menschen etwas nicht gerne für dich tun. Und entsprechend kommen wir dann zu falschen, negativen Schlüssen über uns selbst. Auch hier ist es wichtig, einfach mal in sich hinein zu spüren und zu gucken, ob man sich selbst wieder dafür öffnen kann, dass man Menschen in seinem Leben haben darf, die einem gern eine Unterstützung sind. Auch hier ist Kommunikation ein ganz großer Schlüssel. Wenn wir ehrliche Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen möchten, dann können wir das sagen. Wir können sagen, wo unsere Schwächen sind und wo unsere Stärken sind. Und Menschen, die uns wirklich lieben und uns wirklich unterstützen möchten auf unserem Lebensweg, die werden uns dann ehrlich begegnen und sagen, inwieweit sie bereit sind, uns zu helfen und zu unterstützen. Und im Gegenzug kannst auch du etwas anbieten, was du ganz gut kannst. Jeder kann etwas ganz gut. Manche können ganz super gut putzen. Andere können vielleicht super lecker kochen. Wieder andere können sich emotional sehr gut um andere kümmern. Dann gibt es Menschen, die können sehr gut mit Finanzen umgehen. Oder manche Menschen können gut massieren oder Haare schneiden. Oder, oder, oder. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Und auch du hast eine Fähigkeit, die du anderen anbieten kannst. Vielleicht kannst du auch gut zuhören oder viel reden. Oder einfach liebevoll sein. Es gibt immer eine Stärke, die man in diesem Leben mitbringt und anderen anbieten kann. Und für manche Menschen ist diese Fähigkeit, die du hast, unfassbar wertvoll. Und jeder Mensch hat das Recht, Menschen in seinem Leben zu haben, die das wertschätzen können. Vielleicht ist es nicht für alle etwas. Aber es geht darum, die richtigen Menschen zu finden und sich mit Menschen zu verbinden, wo jeder etwas von dieser Beziehung hat. Und für alle etwas von dieser Beziehung hat. Und für alle etwas von dieser Beziehung hat. Wie gesagt, du musst auf diese Fragen noch keine endgültige Antwort haben. Nimm dir einfach die Zeit, es wirken zu lassen. Und mal in dich hinein zu spüren, welche Überzeugungen könnten in dir sein. Was spiegelt sich immer wieder in deinem Leben? Was wird immer wieder zu deiner Realität? Egal wie viel du kämpfst oder arbeitest oder machst. Denn das spiegelt dann deine tiefsten Überzeugungen wieder. Und fühl einfach mal in dich, was du spürst bei dem Thema Existenzberechtigung. Wenn du magst, leg mal deine Hände auf deinen Bauch oder auf dein Herz oder beides. Ich darf hier sein. Ich darf so viel nehmen, dass ich gesund sein kann. Ich darf so viel Raum einnehmen und haben. Wie ich benötige, um mich wohl und geborgen zu fühlen. Ich darf auch ein wenig Aufwand machen. Und wenn ich es mir erlauben kann, sogar noch ein bisschen mehr. Ich darf auch hier leben, auf dieser Erde. Ja, ich darf auch belasten. Ich habe das Recht, dass sich bestimmte Menschen, die sich wohl damit fühlen und freiwillig dazu erklären oder dies beruflich machen, auch um mich kümmern. In einem gesunden Maße, um mich sorgen oder für mich da sind. Ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich muss nicht alles können, um geliebt zu werden. Ich darf ein ganz normaler, unperfekter, unvollkommener, vollkommener Mensch sein. Der sich mit Menschen verbindet, die ihn wertvoll finden. Und ich darf mir auch Menschen bewusst suchen, die etwas von dem kompensieren, was ich noch nicht kann. Ich habe das Recht, so zu sein, wie ich bin. Und trotzdem gut behandelt zu werden, respektvoll behandelt zu werden, Wertschätzung zu erfahren und würdevoll behandelt zu werden. Ich habe das Grundrecht, hier zu sein. Die Unfähigkeit meiner Eltern oder früheren Bezugspersonen hat nichts mit mir zu tun. Ich kann nichts dafür, dass mich meine Eltern oder Bezugspersonen bekommen haben und mich dann nur als Auffang gesehen haben. Es war ihre Verantwortung, nicht meine. Es war ihre Verantwortung, sich dessen bewusst zu sein, dass sie ein Leben in die Welt setzen, nicht meine. Ich darf leben. Ich darf hier sein. Ich habe das Recht, zu existieren. Es ist nicht meine Schuld, dass andere Menschen mit mir als Baby überfordert waren und sich keine Hilfe gesucht haben. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, wie unbewusst sie diese Entscheidung getroffen haben, mich in ihr Leben zu holen. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, welche Emotionen ich bei meinen Bezugspersonen auslöse, wenn ich als Baby etwas brauche oder benötige. Für die richtigen Menschen bin ich nicht nur ein Aufwand, sondern auch ein riesiger, unermesslich großer Gewinn. Ich bin auch nicht da, Alle Gefühle, die da sein möchten, dürfen jetzt da sein. Du bist in Ordnung, wie du bist. Nimm nochmal einen ganz tiefen Atemzug. Atme ein. Halte kurz an und atme dann ganz tief wieder aus. Fang an, langsam deine Umgebung wieder wahrzunehmen. In deinen Körper zurückzukommen. Wenn du so alt bist, öffne sanft deine Augen. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Vielleicht, wenn du gelegen bist, magst du dich langsam aufsetzen und dich in den Schneidersitz setzen. Deine Hand auf dein Herz legen und dich nochmal bei dir bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, in diese tiefe Meditation einzutauchen. Nimm dir auch gerne nach der Meditation noch Zeit für dich. Lass sie wirken. Achte gut auf dich. Nimm dir eine Pause, damit das, was wir gerade gemacht haben, auch wirken kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass du hier mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt ein Tag. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. ... ... ...